So, das neue Update ist da. Es gibt ein neues Sniper und vor allem das Wichtigste, es gibt ein neues Tilted. Also Neo Tilted ist jetzt weg und dafür gibt es jetzt Tilted Town. Dann hier ist noch der neue Shop. Es gibt so neue Western Skins. Finde ich auf jeden Fall mega nice. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten meinen Creator Code eintragt. ARINFN, dann annehmen. Und falls ihr mich eintragt, schaut doch immer mal nach, ob der noch da steht, weil der wird immer leider noch 14 Tage entfernt. So, natürlich direkt Tilted Town. Wahrscheinlich geht die halbe Lobby mit. Ja. Was ist das hier, das Blaue? Willkommen in Tilted Town. Kein Bauen, kein Zerstören. Warte, man kann hier nichts bauen. Wow, der trinkt über mir und ich komme da nicht hoch. Ey, kein Bock. So. Und zwar mir ist noch einer. Easy. Oh, endlich Schild. Oh, und hier die neue Sniper. Also die Stadt scheint schon echt geil zu sein, nur das einzige Problem ist, dass man hier nicht bauen kann. Also man kann hier halt einfach nicht offen rumlaufen. Warte, hier ist irgendwo einer. Warte, ich brauche kurz die Sniper. Danke. Und nachladen. Na, mit der Shotgun schieße ich. Nice. Alter, was? Die erste Zone hat noch nicht mal angefangen und es leben nur noch 27 Leute. Weil einfach jeder hier gelandet ist. Was? So, hier noch die grüne AR. Okay, ich gehe erstmal auf jeden Fall aus Tiltetown raus. Damit ich endlich wieder bauen kann. Endlich. Endlich wieder bauen. Ist das schön. Hey, hier war doch gerade einer. Ach komm, den hole ich noch. Junge. Obwohl, komm, ich nehme sogar lieber die Combat mit. So. Medikids hole ich mir noch. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass die das noch ändern, dass man hier vielleicht mal bauen kann. Aber was ist das für eine komische Runde? Es leben nur noch 14 Leute bei der großen Zone. Also das hatte ich noch nie. Hat der da oben? Ist noch jemand? Was macht der da oben? Yo. Der Laser, Alter. Ah, Schockwellengranate. Hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Ja, komm. Also ich kann es mir eigentlich nur so vorstellen, dass, weil die Zeit so weit zurück geht, dass die Zeit jetzt so weit zurückgegangen ist, dass man nicht mehr bauen kann in der Stadt. Also so erkläre ich es mir. Aber naja, schreibt auf jeden Fall auch ihr mal in die Kommentare, was ihr von dem neuen Tilted haltet. Oh, da ist ein Lama im Baum. Och, bitte kein Roboter. Oh, das war jetzt so. Jo. Das war's. Das war's. GG. Hm, hat sich für ein 7. So, 2 Biggies hatte er. Perfekt. Warte, die Sniper kann ich eigentlich auch mitnehmen. Ah, also mit der kann man mega schnell schießen. Wow. Och, bitte nicht. Nee, Alter, ganz sicher nicht. Ich falle jetzt ganz sicher nicht gegen den Roboter. Ey, ich bin sicher einfach weg. Okay. 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 Alter. Nee, komm. Ich könnte mir erstmal nicht den Chuck-Chuck. Nein! Das mit den Robotern regt ja so auf. Alter, ich hab ja so verählend. Ja, nice, perfekt. Das mit den Robotern regt. 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 Was war das für ne Runde? Schön tanzen. Das war's auch schon mit dem Video. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare eure Meinung zu Tilted Town. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.